herzlich willkommen wir sind hier bei my lonesome hologram und es ist eine welt wo man sich selber als dubbel sieht auf einer einsamen insel man kann die anderen leute auf der insel komplett sehen aber man kann nicht mit ihnen interagieren ich werde jetzt reingehen und werde den rest meiner gopro aufnehmen weil das mit einer normalen kamera nicht so gut funktionieren würde in der virtuellen welt braucht man natürlich auch eine stimme hier wurde gerade meine stimme aufgenommen dass ich in der virtuellen welt auch eine stimme habe nach dem aufnehmen der stimme ging es in einen 360 grad scanner und dort wurde ich von allen seiten gescannt um in der virtuellen welt auch real zu erscheinen dafür muss ich auch winken und vom einbein aufs andere wippen so und hier bin ich schon in der virtuellen welt unterwegs auf der einsamen insel mit den ganzen anderen teilnehmern die vor mir in dem dog neuland das long-term hologram gemacht haben man kann nicht direkt mit ihnen reden aber wenn man an ihnen vorbeiläuft hört man sie sprechen was sie davor aufgenommen haben in der kabine wo ich auch so saß mit der fernbedienung konnte man sich auf der insel komplett frei bewegen ich persönlich fand es sehr gut wie man so die sachen die man selber gerade gesprochen hat und dass es selber diese bewegungen gemacht hat sich erstens selber zu sehen und dann die ganzen anderen leute zu begegnen und und wie die mit einem sprechen also was sie gerade was sie gerade sagen also das das fand ich eine sehr interessante erfahrung und ja also ich bin total begeistert das freut mich